Zwei die nicht klarkommen Du hast gesagt du kennst dich aus Ja eigentlich müsste die Hölle ja sein Ich hab mir angeguckt wo der langgelaufen ist Genau gemerkt so Oder die haben irgendwie was gepatcht alter Gegner bei mir Scheiße auf die, komm her schnell Du warst nur einer Ja Sie ist nicht da Muss Das werden die doch nicht geändert haben Der Open Zone macht was Gegner vor mir Hier ist auch eine Warte mal Oder war das hier wo wir die Katana jagen Das war so eine Höhle mit so einem Spalt wo wir rein müssen Ich bin jetzt hier Wo wir die Katana kriegen Bist du sicher dass es die Katana sind? Die Höhle? Ähm ja Ähm ja Weil ich das Flugzeug vor der Teil habe Wir können ja Du siehst das Flugzeug? Und das vor der Teil ja Nee das war's nicht Also ist das so eine Höhle wo du mit dem Seil runter gehst oder was? Ja da wo wir die Katana hier haben Nee das war's nicht Nee ich hab die nur gefunden hab ich gesagt Ooh nh Okay Zwei, die nicht lieben. Du hast gesagt, du kennst nie aus. Ja, eigentlich müsste die Hölle ja sein. Ich habe mir angeguckt, wo der langgelaufen ist. Genau gemerkt. So, weißt du. Oh, die haben irgendwie was gepatcht, Alter. Wenn nicht, müssen wir den bösen Weg gehen. Komm mal zu mir. Warte. Weil er hat eine Abkürzung gehabt, weißt du. Also es gibt zwei Eingänge zu dieser Höhle. Einmal den kürzeren Weg über diesen Eingang, den wir suchen. Und einmal da über das Seil runter. Okay. Ja. Aber das ist die Stelle, wo Virginia unten ist und auf uns wartet. Die uns gekillt hatte damals. Ja. Du erinnerst dich? Ja. Ja. Da landen wir dann gleich. In dieser Höhle ist es. Und dann hat er hier eine Abkürzung gehabt. Oder wir unterbrechen. Ja. Warte. Ich bin bei dem Seil. Okay. Ich komme. Dann mach dich schon mal auf Virginia gefasst. Bevor wir runter gehen, machen wir uns Mollys und hast nicht gesehen. Der ist hier lang gelaufen. Ich habe mir das extra gemerkt mit dem Seil wo das hinguckt. in welche Richtung er gelaufen ist. Irgendwo da hinten in die Richtung. Okay. Ich habe genug Mollys. Und los geht's. Und los geht's. Und los geht's. Ich bin fast unten. Warte. 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 Ich sehe nichts. Das war schon mal gut. Das weiß ich jetzt nicht. Das weiß ich jetzt nicht. Wir müssten. Wir müssten. das weiß ich nicht. Und dann war es das. So ein. So ein. Seil nach unten. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. notion schau. Lieben. Überloch wird. Das weiß ich nicht. Da geht's nicht um Anfang. wieder einmal alleine in der höhle wir werden wieder so verrecken wobei er in dem video auch durch diese höhle gelaufen ist man könnte jetzt erstmal kurz gucken wir pausieren und gucken weiter weil er wollte diese abkürzung nehmen aber irgendwie hat es bei ihm gebackt gehabt und er ist da nicht reingekommen zu der axt geht es so nach unten da ist so ein seil nach unten irgendwo versteckt es war auch so eine riesen halle da 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 Ich sehe nix Ich kenne das Buch, der Breakfastkäfer. Hier wollen wir mal. Fledermäuse. Genau. Wenn du irgendwo ein Seil nach unten siehst, dann ist es gut. Lass ich dich alleine hier verrengen. Wie ist die Größale? Ja, guck dich mal hier um, ob du irgendwo ein Seil nach unten siehst. Ich gehe links an der Wand lang und du rechts. Hier ist ein Seil nach oben. Wir brauchen ein Seil nach unten. Hier ist nix, oder was? Nein. Okay, dann komm mit. Okay, hier sind wir auch falsch, Alter. Machen wir kurz eine Pause, oder? Gucken wir, wa? Okay, wir sind gleich wieder da, Leute. Wir machen jetzt hier kurz einen Cut. Jetzt gibt es eine Pause. Untertitelung des ZDF, 2020